Bhagavad Gita, Vers 4.33 O Bezwinger der Feinde, das Opfer von Wissen ist größer als das Opfer materiellen Besitzes. O Sohn Pritas, letzten Endes findet das Opfer von Arbeit im transzentralen Wissen seinen Höhepunkt. Erklärung Das Ziel aller Opfer besteht darin, die Ebene vollständigen Wissens zu erreichen, daraufhin von allen materiellen Leiden frei zu werden und letztlich sich im liebevollen transzentralen Dienst des Herrn, Krishna-Bewusstsein, zu beschäftigen. Trotzdem liegt in all diesen verschiedenen Opferhandlungen ein Geheimnis und man sollte dieses Geheimnis kennen. Entsprechend dem Glauben des Ausführenden gibt es unterschiedliche Formen von Opfern. Wenn der Glaube die Ebene transzentralen Wissens erreicht, ist der Ausführende der Opfer weiter fortgeschritten als derjenige, der ohne solches Wissen nur materiellen Besitz opfert. Denn ohne das Erlangen von Wissen bleiben Opfer auf der materiellen Ebene und bringen keinen spirituellen Nutzen. Wirkliches Wissen gipfelt im Krishna-Bewusstsein, der höchsten Stufe transzentralen Wissens. Wenn Wissen keine höhere Ebene erreicht, sind Opfer nichts weiter als materielle Aktivitäten. Wenn sie jedoch auf die Ebene transzentralen Wissens gehoben werden, gelangen solche Aktivitäten auf die spirituelle Ebene. Opfer werden, je nachdem in welchem Bewusstsein sie ausgeführt werden. Manchmal Karma-Kanda, fruchtbringende Aktivitäten, und manchmal Jankanda, das Wissen, das nach der absoluten Wahrheit sucht, genannt. Es ist besser, wenn alle Opferungen im Wissen enden.